Ich dachte, so fehlt die Kohle. Aber so geht's besser. Also eine richtige Strategie, glaube ich, habe ich raus. Denn es ist noch nichts durchgegangen. Läuft auf jeden Fall hier profimäßig ab. Da kann sich nicht mal der Runkel beschweren. Der alte Sack, der. Hä? Äh, schießt ihr mir die ab hier? Das wäre sehr nett. Today, nicht tomorrow. Oh, scheiße, die fressen mir die Karotten schon wieder. Ne, noch sind alle da. Lol, ich habe es geschafft. Also, was heißt geschafft? Die Dings, die Karotten leben noch. Die Karotten leben noch, das hört sich auch so ein bisschen sechtern, aber okay. So, hier noch einen hin. Ist ein bisschen blöd zum Anklicken hier, diese Kasteln. Hier nur einen hin und hier will er auch nur einen hin. Dann sollte das hinhauen. Hey, Neuro, das ist ja richtig praktisch. Fährst du wohin oder bist du anwesend? Boah, ich habe vor, Hardcore-Screening zu machen. Also von der Zeit her. Das wollte ich zwar gestern auch, aber... Ja, ein bisschen unnüchtern gewesen. Ich will jetzt meinen Hund knacken. Ja, der Grund ist einfach, weil ich es will. Und dann schauen wir mal. So, was könnten wir noch machen? Wir könnten hier noch sowas hin. Bis jetzt sieht es so ganz gut aus, ne? Wirklich nicht so schlecht bis jetzt. Was kommt denn jetzt? Irgendwas kommt noch. Ja, Boss kommt auf jeden Fall. So, hier. Ah ja, wir könnten den upgraden. Das habe ich vergessen. Scheiße. Schieß die ab! Ey, wieso schießt den keiner ab? Sei doch Lutscher, Mann. Jetzt hat man deine Karotte verpulst. Egal, wir haben es geschafft. Die nächste Episode, so kriegt man auch Achievements, ist freigeschaltet. Allerdings, sage ich mal, die Upgrade-Kosten sind ja horrend. Gut, wenn man sich das ausrechnet, kriege ich hier jedes Mal 60. Warte mal, mit 10. Das heißt, 600 Karotten können wir insgesamt haben. Dann schauen wir mal rüber. Das kommt ungefähr... Das kommt aber hin. 600 Karotten? Da kann man schon einiges upgraden. Nur Simple Unit of Army. Ich frage mich nur, wozu sollte ich das hier machen? Kann ich dann Gegnerhasen wegschicken oder was? Das sind ja meine Gegner hier, ne? Oder ist das für Multiplayer-Gerals oder was? So, 50% mehr Geld from every coin picked. Das ist auch nicht so schlecht. Da brauche ich das hier. Das ist irgendeine andere Werbung. Aha. Wie kriegt man das? Ja, das wird einem wahrscheinlich erst gesagt. So, wie viel haben wir? Vier Karotten habe ich nur. Ey, ich bin ja wie ein armer Schlucker. Ich kann mir da gar nichts leisten. Okay. Dann würde ich sagen, rein für den Spaß. Schauen wir mal, was Tower vs. Tower ist. Da gibt es 10 Leveln. Probieren wir das einfach. Da bin ich neugierig. Aber ich glaube, ich weiß schon, was wir da machen müssen. Da müssen wir die Viecher wegschicken, die die Dinger da klauen. Glaube ich zumindest. So, was haben wir hier? Perks in Army. Chosen Player by Chance. Okay. So. You vs. Player 2. Okay. Das ist wahrscheinlich ne KI. Äh... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist das mit ner Upgrade. Okay. Aber das sollte man wirklich machen, wenn man alle Tower upgrade hat. Das geht's uns nicht. Gut. Gehen wir in die Episode 2. Da sind wir ein bisschen im Eisland anscheinend. Sieht doch sexy aus. Was haben wir da alles, ne? Fliegende wieder. Ah, ich hasse diese Fliegenden. Also Runkel, hau rein. So. Also. Die kommen von überall hier in die Mitte. Das ist halt blöd, ne? Kann hier was hin? Nö. Ja, wie machen wir das? Gute Frage. Ich würde sagen, wir nehmen denen einmal die Sicht. Das heißt, wir nehmen hier einen hin. Hier einen hin, dass die möglichst weit laufen müssen. So. Und den werden wir schön umleiten hier. Dann machen wir hier was gegen Fliegende. So. Können wir's machen. Aber wir brauchen mehr Damage. Wir brauchen mehr Damage. Ähm. Hör mal Leute, wir machen jetzt anders. Wir machen hier nur einen hin. Und hier nur einen hin. Jetzt muss der da hinten so rumwandern. Das ist schon mal nicht schlecht, ne? So. Dann werden wir den hier weg. Weil der steht blöd. Und dann werden wir hier einen hin. So ist besser. Genau. So ist auf jeden Fall besser, als muss der da rumwatscheln. Das ist super, ja. Das heißt, hier einer hin. Ähm. Hier einer hin. Und hier einer hin. Wenn ich dann nur Geld habe. Also los geht's. Machen wir ein bisschen Geld. Ist da unten auch noch was? Ja, das ist ein bisschen ein großer Level. Da muss man ordentlich rauszoomen. Und so kann ich hier nichts hinsetzen. Ja, jetzt geht's. Jo, die kommen von allen Seiten. 96 Kanickel gegen 6 Karotten. Sehr fair. So, wir müssen aber auch was gegen Fliegel machen. Sonst haut das nicht hin. Das heißt. Den verkaufe ich. Und wir werden sowas da hinsetzen. So. Was mache ich hier dann auch? Die sind ja kein Problem. Und hier habe ich eine Superdiff. Das läuft. Ich muss nur verhindern, dass die hier rüber gehen. Das ist ein bisschen dämlich. So, jetzt kommen hier die Fliegenden. Oh, jetzt kommen die genau von der Seite, wo ich keine Flugabwehr habe. Alter. Das ist natürlich scheiße. Wir haben schon eine Karotte geputzt. So, wir müssen hier. Oh, geweckter du. Ey. Ich will mich verarschen. Gebeckter. Ich kann doch nichts bauen, wenn die drüber latschen. Das ist doch scheiße. Geh doch mal weg, Jungs und Mädels. So, unendlich. So, jetzt können sie wieder umdrehen. Also, zwei Karotten sind schon gefuchst worden, aber okay, damit können wir leben. So, wir müssen das hier verhindern. Hier brauche ich was gegen fliegende Ziele. Komm, komm. Nass dich. Oh, jetzt kann ich wieder nichts setzen, wenn die drüber... Ey, das ist doch ein Scheiß. Ja, der frisst mal alle Karotten, ey. Boah, ich habe nur mehr eine Karotte. Also, es geht mehr ums Schaffen hier. Das sehe ich schon. Nicht easy. Können wir aber upgraden hier. Oh, scheiße, da ist ein Boss. Das ist blöd. Und? Ja, gerade noch. Ey, das war jetzt knapp. Holy moly. Als Frage würde ich, ob man das nur schaffen. Das ist schon ein bisschen mies und schwierig gerade, aber okay. So, wir upgraden jetzt den. Das geht sich nur schnell aus. So, soweit haut es hin. Dann upgraden wir den. Danach den. So, können wir ruhig schneller stellen. Das ist nicht das Problem. Dann werden wir den upgraden. So, dann bin ich da hinten mal safe. Ich habe nochmal eine einzige Karotte, ey. Das ist doch gar nichts, sozusagen. Die ist hier in der Mitte. Das ist hier eigentlich an Leben verloren. Oh, schießt es ab, hier. Meine Karotte. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Wir müssen den taktischen Wechsel machen. Das geht so nicht. Ähm, das ist blöd. Das ist einfach blöd hier. Und das ist genauso blöd. Und das ist, das ist alles blöd. Wir werden das jetzt anders machen heute. Wir nehmen das hier. Wir nehmen das hier. Und wir nehmen das hier. So, jetzt habe ich hier mal ein bisschen ein Def. So, wir werden das jetzt ganz anders machen. Ähm, weg. 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 So, hier der. Und weg. Und da der. So, und jetzt fangen wir an. Ich hoffe, diesmal haut es besser hin. So, jetzt kommen die da oben. Jetzt schauen wir uns das mal an. Bis jetzt geht. Vor allem habe ich was gegen Fliegen denn jetzt, ne? Schwierige Sache, schwierige Sache. Ja, Rufzeichen fail muss ich mal einführen. Das war eine Idee. Scheiße! Wie kommt denn der da durch? Ja, weil hier nur... Oh, hier fehlt mir einer, ne? Ja, das ist blöd. Blöd, blöd, blöd. Aber jetzt haben wir das auch gelöst. Zack, boom, bang. So. Dann werden wir hier zumachen, aber mit einem billigen Tower. So. Ja, gut, eine Karotte ist ja wurscht, ne? Solange nicht alle gefuttert werden, ist es ja okay, ne? Gibt wirklich Schlimmeres. So, dann können wir hier noch einen hin. Jetzt müssen die noch weiter rumlatschen. Also, läuft. Kann man nicht meckern. Oh, das läuft sie wiederum gar nicht. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, schieß den ab! So. So, jetzt läuft's noch mal besser. Ja, langsam wird das was. Aber ich muss da hinten auch defen. Hier habe ich noch relativ zu wenig. Da müssen wir noch einen hin. Wieso fliegen die hier rüber? Die nehmen eine Abkürzung, die Schweine. Ey, das sind doch unfaire Bauern. Kanickel sind schon linke Fratzen, ey. Gefällt mir nicht, wie die rumfliegen. Weil die überfliegen alle meine Stellungen. Das ist ziemlich mies, ey. So. Hauen wir da noch was her. Jo, jetzt kommt auch noch ein Boss. Aber okay, meinetwegen. Kann sie auch ihnen ändern. Aber den Hammer. Läuft. Ist aber noch nicht vorbei. So, jetzt brauche ich Geld, dass wir das hier upgraden können. So, die Fliegenden hier sind kein Problem, solange kein fliegender Boss kommt. Ist das okay? Hier haben wir zweimal Geld. Was ist das denn, wenn wir mal das da mal upgraden? Toll, jetzt kommen sie auf der anderen Seite, aber egal, das schaffen wir. Wir schaffen das. Das würde ich gerne mal upgraden, hier. Aber dazu brauchen wir mal mehr Kohle. So, was ist, wenn ich da upgrade? Hat der auch mehr Range? Nö. Also mehr Range kriege ich nicht. Nur mehr Power. Läuft aber richtig. Ein Schuss von dem und das Mistvieh ist weg. Also ist richtig okay eigentlich. So, wenn wir den da upgraden. Wo wir haben alle? Zwei Karotten verloren. Damit kann man nur leben, ne? Sagen wir so, es gibt sicher Schlimmeres. So. Wieviel haben wir? Acht Karotten. Oh, da kannst du doch nichts freischalten. Wir brauchen viel mehr. Oh Gott, jetzt kommen viele Fliegenden. Das wird böse, böse. Aber ich weiß auch schon, wie wir es am besten machen. Nochmal kurz zurück. Menü. Wir werden ein Upgrade umändern. Und zwar, wo sind die Upgrades hier? Das verkaufe ich. Und wir nehmen stattdessen ein weiteres Upgrade bei dem Crossbow. Ich glaube, das ist nicht so schlecht. Was haben wir denn noch für Tower? Ähm, Slows Down. Ja, das sind so Slow Tower, die bringen eigentlich nicht wirklich was. Machen wir nur ein Upgrade beim Dingster. Dann haben wir bei dem noch eins mehr. Das ist nicht so schlecht. Ich glaube, das ist besser. Das ist auf jeden Fall besser. So. Schauen wir uns das an. Hier haben wir nur ein Erdbeerfeld, würde ich schon sagen. Ein Karottenfeld. Wie viele? 13 Karotten. Ja, da ist was los wenigstens. Okay. Gut, wir haben 57 und ich denke, hier kommen halt viele... Mh... Oh, wie soll ich sagen? Ähm, bringt mir durcheinander. Was ist, wenn ich hier einen hinstelle? Ja, dann gehen die Kletter rüber. So, genau. Okay, das reicht einmal. Wir haben hier viele Fliegende. Da müssen wir natürlich was dagegen tun. So. Als erstes werden wir hier was hin. Dann da hinten was hin, dass die mal da rumgehen. So, damit kann man mal arbeiten. So, dann hier will ich den nächsten hindern. Das ist... Das ist blöd. Oh, die werden wir alles zampfressen. Ich sehe schon. So können wir vielleicht noch machen, dass die zu der Waffe da hingehen. Lol. Noch ist keiner durchgegangen, Leute. Weiß zwar nicht, wie das funktioniert, aber es funktioniert, was wir hier machen. Aber der wird durchgehen. Oder? Nö, doch noch. Geil! So, jetzt sind wir was dran. Okay, einer ist gefressen. Eine Karotte ist gefressen, aber es geht so weit, geht doch mal weg hier. So, hier kann ich nichts hin. Das ist blöd. Aber hier kann man wieder was hin. So, und dann lassen wir die einfach hier im Kreis lang und so sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. So, jetzt haben wir eine relativ gute DEV. Also eine Karotte ist gefressen, aber pfff, jo, das ist nicht so tragisch. Hau rein, Nio, bis dann. So. So, eigentlich sollte das gut laufen. Also wo die ganzen Fliegenden hier sein sollen. Naja, bisher ist ja noch keiner da. Wenn hier aber eine Luftabwehr noch hin. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020